Hallo an alle und sonnige Grüße aus Texas. Mein Name ist Velko und ich studiere Elektronische Medien Master an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ich bin auch der Autor von dem Projekt Feedspeaker, welcher der Silberpreis bei der europaweite Inka-Wettbewerb dieses Jahr gewonnen hat. Es tut mir echt leid, dass ich heute nicht dabei sein könnte, aber ich befinde mich gerade in Austin, Texas auf einer von den größten Webkonferenzen und interaktiven Wettbewerber in der Welt, South by Southwest Interactive. Okay, es tut mir nicht so viel leid. Texas ist auch ziemlich viel Spaß. Aber ich habe mich echt gefreut, alle coole Projekte bei dem Talente-Tag zu sehen und neue Kontakte zu knüpfen. Das muss leider dieses Jahr noch warten, weil ich morgen auf der Preisverleihung hier in Austin erfahren wurde, ob Feedspeaker tatsächlich den South by Southwest Interactive Preis in der Studenten-Kategorie gewinnen konnte. Aber was ist überhaupt ein Feedspeaker? Feedspeaker ist der erste Online-Nachrichtenleser für die sehbehinderten Menschen. Es simplifiziert den ganzen Prozess, wie jemand zum Beispiel ohne Sehsinn zu Nachrichten des Tages kommt. Feedspeaker lässt den Nutzer die ganze Webseite über die Spracherkennung steuern und dann nutzt ein Text-zu-Sprachemodul, der ganze textuelle Inhalt wieder zu Audio umzuwandeln. Die Steuerung ist auf die Bedienung der Leertaste reduziert, das heißt der Nutzer muss also nur der Leertaste halten, während er einfach der richtige Befehl ausspricht. Einer von den ersten Befehlen, welchen man lernt, ist Help Me. Das auflistet alle anderen Befehle. Probieren wir das aus. Also, ich halte die Leertaste und sage Help Me. You said Help Me. To hear news headlines in a category, say a keyword while holding the spacebar. News category keywords are, top stories, business, entertainment, health, sports, technology, world. Say a link together with a number from 1 to 10, to hear a particular news in a category. For example, link 6, combine described with a number to hear a small description for a headline. Or say Help Me to hear this message again. Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, die Grundbefehlen sind die Kategorien wie von das linke Menü, zum Beispiel Sport oder Technologie. Obwohl das Ganze einfach aussieht, Feedspeaker nutzt Spracherkennung, automatische Sprachewiedergabe und semantische Inhaltmodul, zum Beispiel Text oder wichtiges Inhalt zu erkennen von einer Seite. Es verbindet sich zu hunderten von Online-Newsportalen über Aggregatoren wie Yahoo oder Google News und holt immer die neuesten Nachrichten. Und das ist es. Es ist immer noch ein Prototyp und weint von perfekt, aber es ist ein Schritt in eine gute Richtung und es wird besser und besser. Hoffentlich eines Tages, solche Technologien machen auch einen Unterschied in dem Leben von sehr behinderten Menschen. Also ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie halten Feedspeaker die Daumen morgen bei der South by Southwest Interactive Preisverleihung. Ich bedanke mich noch im Besonderes bei der MFG in Baden-Württemberg und MFG Talentforderung für Ihre Unterstützung und die tolle Möglichkeit, South by Southwest Interactive in Person zu besuchen. Vielen Dank.